Einmal noch ganz nach vorne zu laufen, das wäre ein Ding. Sechs Mann noch und da sind natürlich Top-Leute dabei im nächsten Rennen. Olympia geht Rang 4, das könnte durchaus ein Ansatz sein für den Cheftrainer, für Helmut Kraus zu sagen, okay Junge, das ist mehr als nur ein Achtungszeichen, das ist wirklich ein Spitzenresultat und das eröffnet ihm die Chancen, gleich über 1000 Meter noch nachzulegen und morgen nochmal zwei gute Resultate zu liefern und dann hat... Der Weltrekord überstrahlt hier alles und vielleicht motiviert das ja auch Anni Friesinger, die läuft gleich die 1000 Meter.